hallo zusammen das ist jetzt nur ein kleines ankündigungs video würde ich jetzt mal nennen und zwar heute um 19 uhr 19 uhr 19 uhr mache ich einen live stream ihr könnt ja unter dem video jetzt drunter schreiben was ich eventuell stream soll was ich stream soll und ob jemand eventuell auch noch bock hat mit zu machen oder so vielleicht der ein oder andere wir können ja minecraft irgendwas zocken oder so schreibt einfach mal drunter wenn ihr was ihr lust habt ansonsten kommt eventuell die skyline vielleicht ein bisschen minecraft ja was ich eventuell noch mal versuche wenn ich hinkriege wird eventuell dann auch gleichzeitig auf twitch zu streamen da kommt dann wenn ich schaffe kommt dann drunter noch mal ein link dann drunter und dem video dann weil sie es hin gekriege gleichzeitig zu streamen wenn ich dann kommt ganz normal auf youtube also auf youtube kommt auf jeden fall auf twitch weiß ich noch nicht wie aber ich sind kriegt beides gleichzeitig oder auch nicht ich werde es probieren das war es jetzt dann auch schon wieder und wir sehen uns bis nachher so